Ellen Norris hat bei der Darts-WM 2019 täglich live im TV auf Sport 1 einen Thriller gegen Steve Lennon mit 3 zu 2 gewonnen und dritte Runde erreicht. Der Engländer und der Ehre lieferten sich ein spannendes Duell, das im Sutton Death gipfelte, man darf niemals aufgeben. Man kennt das ja von der deutschen Nationalmannschaft, meinte Chuck hinterher lachend im Interview bei Sport 1. Dieses Jahr war schwierig. Ich habe herausgefunden, dass ich an Diabetes leide und spiele seitdem mit Brille, weil ich nur verschwommen gesehen habe. Norris fiel im Match durch einen kuriosen Tick auf. Er wechselte immer wieder, teilweise sogar in zwei aufeinanderfolgenden Aufnahmen, zwischen zwei Sätzen Darts, mit denen er spielte. Beide Sätze sind exakt identisch, erklärte Norris bei Sport 1. Allerdings ist es deutlich kühler, wenn ich übe. Wenn ich auf der Bühne spiele, ist es manchmal 34 Grad warm. Dadurch werden die Darts heiß und füllen sich anders an, indem er den Satz wechsle, kühle sich das Metall bei den abgelegten Darts ab, so dass ich der Griff für ihn dann wieder angenehm anfühle. Ich wechsle nur wegen der Temperatur die Darts, wegen dem Gefühl, anzeige, jetzt das Starter-Set sichern. Hier geht es zum Sport 1-Darts-Shop-Satten-Darts. Norris gewinnt dennoch, während Norris beinahe ausgeschieden. Im Entscheidungssatz erwischte Lennon den besseren Start und sah nach 2 zu 0 Lebführung wie der sichere Sieger aus. Doch Norris gab sich erneut nicht geschlagen und holte auf. Beim Stand von 3 zu 4 Lecks ließ Norris mehrere Chancen auf die Doppelfelder liegen. Doch Lennon konnte ebenfalls nicht auschecken, das 8. Leck ging an Norris. Beim Stand von 5 zu 5 nach Lecks war dann tatsächlich Xandert angesagt, nach dem Auswerfen aufs Bullseil fing Lennon an. Doch mit einer 180 erarbeitete sich Norris die Führung. Nachdem Lennon auch noch einen Bouncer hinnehmen musste, sein Pfeil prallte von der Scheibe wieder ab, hatte Norris Matchdarts und nutzte diese. Bunting früh raus eine böse Überraschung erlebte Steffen Bunting. Die Nummer 18 der Setzliste musste sich nach einer schwachen Leistung Luke Humphries mit 1 zu 3 geschlagen geben. Bunting erwischte einen katastrophalen Start und lag schnell mit 0 zu 2 Sätzen hinten. The Bullet kämpfte sich zwar heran, sein 3-Dart-Average von 88,21 Punkten war letztlich aber zu wenig. Humphries war 95,56 Punkte im Durchschnitt und war auch bei der Doppelquote, 40 zu 28,57 Prozent besser als sein Gegner. Holen Sie sich die Sport 1 der ZEP. Livestream, Turnierbaum, News, Videos Gegen Christo Bay hatte The Bronze Adonis überhaupt keine Chance und musste sich 0 zu 3 geschlagen geben. Beaton enttäuschte mit einem Average von 89,57 Punkten und keiner einzigen 180, sodass Hollywood noch nicht einmal sein bestes Spiel zeigen musste. Vatimena souverän weiter zuvor Vatimena in die dritte Runde gestürmt. Der Niederländer setzte sich im ersten Spiel des achten Tages mit 3 zu 0 gegen Michael Baunert aus England durch Service der Spielplan der Darts-WM. Im ersten Satz hatte Vatimena gewaltige Mühe mit dem Außenseiter, der zum Auftakt José de Sousa aus Portugal rausgeworfen hatte. Anschließend zeigte er sich aber souverän und überzeugte unter anderem mit einem 130er Finish, bei dem der letzte Wurf im Bullseye landete. Anzeige, Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es hier. The Machine Gun spielte einen durchschnittlichen Average von 89,94, der allerdings deutlich besser war als der Barnards 83,34. Barnard half auch eine Doppelquote von 75% nicht, da er nur 4 Chancen auf die Doppel bekam und nur 3 Lacks gewann. Donnerstag 20 Dezember Nachmittagsession ab 13.30 Uhr live im TV auf Sport 1 13.30 Uhr Jermaine Vatimena, Michael Bahner 3 zu 0 circa 14.30 Uhr, Ellen Norris, Steve Lennon 3 zu 2 circa 15.30 Uhr, Steffen Banting, Luke Humphries 1 zu 3 circa 16.30 Uhr, Steve Beaton, Christo Bay 0 zu 3 Abendsession ab 20 Uhr live im TV auf Sport 1 20 Uhr, Christo Reyes, Robi John Rodriguez im Live die Kaka 21 Uhr, Mervyn King, Jan Decker im Live die Kaka 22 Uhr, Adrian Luis, Ted Ewez im Live die Kaka 23 Uhr, Mensur Suljovic, Rhein Söhl im Live die Kaka 22 Uhr, Mervyn King, Jan Decker im Live die Kaka